Also, einer meiner wunderbaren Rüden ist der Freddy, der erst vor kurzem angekommen ist. Freddy, vieni qua. Vieni. Komm, komm, komm. Er kennt mich eigentlich gar nicht und ist schon total brav. Ein hübscher Setter-Mix, kann man sagen. Er hat eine wunderschöne Rute, eine buschige und sonst ist sein Fell eigentlich recht pflegeleicht, würde ich sagen. Gell, ihr Schatz? Ja. Also, er ist ein ganz ein lieber, super verträglicher. Hier sehen wir ihn mit dem wunderbaren Sultan. Also, hier ist er mit der Olivia, das ist seine Freundin, mit der er aus Sizilien gekommen, die waren im gleichen Tierheim. Und er läuft hier mit meinen kleinen Hunden, also mit dem Tommy und mit der Tamara, mit alten Hunden. Also, super, super verträglich und sehr, sehr freundlich, gell? Komm mal her, Schatz. Komm her. Ja, komm mal her. Ja, komm her. So feiner. Ja, so ein feiner. Also, für das, dass er mich nicht kennt und dass er hier noch nicht einmal, seit wann ist er da? Ja, seit ein paar Tagen ist er hier. Ich glaube, er ist am Montag gekommen. Also, noch keine Woche macht er das wirklich fantastisch. Er und die Olivia, ganz tolle Hunde. Olivia hat es schon geschafft und er würde alleine zurückbleiben, was mir echt sehr, sehr leid teilt. Okay, Freddy? Freddy, Freddy? Ja, Alter. Ja, Alter. Hallo, Mann. Vielen Dank.